Also, die Skrulls sind die Bösen. Und du bist von den Kree, einem Volk edler Krieger. Helden. Edler Krieger, Helden. Dein Leben begann an dem Tag, an dem es fast endete. Wir fanden dich ohne jede Erinnerung. Wir machten dich zu einer von uns. So kannst du länger leben, stärker und besser. Du wurdest wiedergeboren. Mich plagen ständig diese Erinnerungen. Irgendetwas aus meiner Vergangenheit ist der Schlüssel zu all dem. Weißt du, wie man das Ding fliegt? Werden wir sehen. Das war eine Ja-oder-Nein-Frage. Ja. Möchtest du wissen, was du wirklich bist? Ich glaube, ich habe hier mal gelebt. Was verschweigen sie mir? Du bist weit gekommen. Aber du bist nicht so stark, wie du denkst. Dieser Krieg ist erst der Anfang. Ich kämpfe euren Krieg nicht. Ich werde ihn beenden. Käpt'n Marvel. Bist du nicht ein entzückendes kleines Ding? Bist du das nicht? Und wie heißt du? Bist du nicht schön? Ich komme wieder. Untertitelung des ZDF, 2020